Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Park, Yoshi's Island. Wir sind jetzt bei einem Miniboss, der damals für mich eines der schwersten Bosse im ganzen Spiel war. Und ich muss sagen, der Boss hat es in sich. Ah, das war vielleicht doch nicht so schlau. Ah, das sind die Matschgegner. Nein, 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 ich wusste es. Ah, wir haben die Eier voll. Ja, die Eier voll. Wie ihr seht, diese kleinen neuen Gegner wird auch der Miniboss sein. Bloß halt verzaubert. Alter. Nee. Lass mich in Ruhe. So. Überall Münzen. Ha. Vorher bin ich nach unten gegangen, um zu gucken, was da ist. Und ja, wie ihr seht, noch eine Treppe. Ach, die geht nicht ganz durch. Wegen der anderen. Sterne, Sterne, Sterne. Alter. Ja, du schon wieder. Bam. Ich weiß gar nicht mehr, ob diese Helme uns direkt umbringen, weil das Stacheln sind. Oh oh. Ja, okay. War jetzt nichts gefährliches in dem Sinne. Alter. Ah, okay. Tja, hätten wir da keine Eier gehabt, ne? Wow. Ey. Scheiß Gegner, Alter. Nein. Oh, verfehlt. Scheiß Assi. Sterne. 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 Ah, du schon wieder. Wow. Ich hasse dich. Nein. Oh. Ah. Egal, wir haben noch Leben. Damit ihr mir nicht auf die Eier geht. Nein, nein. So. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Moment. Genau. Und wir haben die Sternchen wieder voll. Boah. Geht doch. Alter, hier muss ich aufpassen. Ja, da unten ist eigentlich ein Weg. Da, wo diese Wippe war, da konnte man sich runterfallen lassen. Aber das habe ich jetzt nicht getan. Ja, hier ist unser Freund. Ne, ich bleib einfach mal hier. Ach, wofür abschießen? Nichts da, ich kann das ja auch so holen. Ich kann das ja auch so holen. Nix da, Freunde. Nix da. Alter. 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 Oh, das war knapp. Ich wäre gestorben. Nee, das riskiere ich jetzt nicht. Ich glaube, ich werde eh nur wieder sterben. Geht das nicht höher? Okay. Ja, ich weiß. Wir müssen uns ducken. Hier konnte man sich, glaube ich, nicht ducken. Alter, alter. Haut ab. Zubat. So. Bäm. Ja, komm. Wenn die Blume, dann die Münzen auch. Dauert das lang. Ein Leben. Ich habe Angst vor den Stacheln, ey. Die machen einen direkt One-Hit. So. Alter Schwede. Die verrückten Shy Guys. Nice. So. Perfekt. Haben wir das schon mal hinter uns? Ah. Ja, ich glaube, wir sind gleich am Ziel angekommen. Ja, kommt schön, alle. Jam, jam, jam. Lecker Schleimgegner. Oder was das da darstellen soll. Alter, wie viel. Ja, man. Da noch Eier. Ich habe genug. Einen Moment, Freunde. Ich gucke kurz auf die Uhr. Okay, wir haben noch Zeit. Ich glaube, der Boss, den können wir schlagen. Also, auf ins Getümmel. Was willst du? Scheiß Hexe. Jetzt kommt was Widerliches. Ja, ihr seht. Der Gegner hat ein Herz. Und wir kommen da so nicht dran. Wir müssen die ganze Zeit dagegen schießen. Ah. Bis wir das Herz getroffen haben. Und das ist nicht so einfach. Damals fand ich das voll ekelhaft. Ja, komm. Alter Schwede. Treff doch. Geht doch. Ein paar Eier schön holen. Schnell, bevor der uns runterstößt. Weil das macht er sehr gerne. Jetzt. Boah, geht doch. Und, wir haben ihn besiegt. Dann wollen wir mal ins nächste Level. Ich weiß nicht, wieso. Aber mit den braunen und den lilanen Yoshi, die Levels... Wow. Alter, habt ihr es gesehen? Mit den braunen und lilanen Yoshi, die Levels, die mag ich am wenigsten irgendwie. Die anderen sind zwar auch nicht so übel, aber... Ja. Einige Levels sind echt extrem. Aber ich finde das gut gemacht, weil... So ist es nicht langweilig. Ist ja auch doof, einfach so normal durch die Levels zu springen. Alter. Verbraucht er auch schon eine gewisse Herausforderung? Ich habe nie verstanden, wie man diese Eier da rauskriegt. Jippie. Ach, nee. Ja. Boah. Das ist so mies, ne? Wenn die euch einmal treffen... Boah. Ha. Hab da Pech gehabt. Ich fliege hier ganz oben. Schnell, schnell zurück, zurück Noch gekriegt Wow Aha, da ist ja eine Blume versteckt Also für die, die es nicht wussten Da ist eine Blume versteckt Ja, komm Ja, wir haben noch, glaube ich, ungefähr drei Minuten Vielleicht schaffe ich das Level ja doch noch Haha Nix da, Freundchen Alter Nein Boah Wie es aussieht Ja, wir haben das Level geschafft Oh, schade Hätten wir bloß mehr Blumen gesammelt Okay Ich glaube, ich beende hier diesen Park